hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren frage hier hier pv canyon crossing ja ich brauche einen traktor denn nicht mir ist aufgefallen ich habe ja praktisch den anhänger ist ja voll beide der drescher ist auch noch was drin das ungünstig muss noch gepresst werden die das selber abstellen in den großen langen halle das kann ich in der kleinen halle hier können das ist ja wirklich lange tief hier ich muss mit lkw losfahren noch an herkaufen für geschutzt gut für getreide oder raps dem falle und den anhänger muss ich inhalt verkaufen damit im zweiten habt damit die fehler ausgelastet ist die mission ist abliefern auf der anderen seite das ist ja halt mal so wie es ein klopfen x Wenn ich das überfragt und nochmal vorne einklappen Das ist aber ja, wird ja abgesenkt, abgeklickt. Muss ja nicht fallen, ne? Oh, ein Taktor und Hänger auf dem Ich verkaufe da, wo der Raps auch verkaufe Ups Das Beste Und da werde ich einen Lkw ohne Anhänger noch hochfahren und dann mit anderen kaufen, ne? Ich wollte ja erst verkaufen, wenn der Preis passt, aber Mal gucken Wollt ich denn da auch den Mod? Glaub nicht Nee Aber ist ja egal Das ist ja ganz dem auch dicker Wurscht Gerst Weizen geht auch nicht rein 5 oder 11 Extras hier Du kaufst mich auch nicht, ohne das Geld So Aber das müssen sie tun Verkaufen wir das und dann geht das Lkw zukaufen Noch haben wir Geld Ah ne, kostet ja auch noch kein Vermögen, ne? Und die Ballen brauchen bestimmt ein, zwei Tage Was kosten die? Was bringen wir das ein? Gelage Ja, 270 Ja Erstmal so egal wo Muss verkauft werden Und dann muss ich drauf nehmen Gucken, wann die besten Preise sind Ich meine, das dauert eh noch ein, zwei Tage Aber wir müssen Geld haben Wir könnten anfangs nicht lange aussuchen Das wäre zu Das wäre zu Naja Noch müssen wir ja nicht verkaufen, ne? Aber irgendwann ist es soweit Anhänger müssen voll sein Das ist der entscheidende Punkt Deswegen wird immer Also beide Anhänger Ich will ja zwei haben Also noch einen Ein Anhänger jetzt kaufen für Getreide Für Für Ja Später noch einen Aufladen, ne? Automatisch So ein Kugel Kostet ja nicht alle Welt Das ist kein Problem Ich glaube Ich glaube Der andere wird teurer Wenn wir mal sehen, dass wir einkaufen Das geht schon Andere haben wir ein bisschen hin und her fahren Das ist halt mal so Wir fahren hier riesen lang Wir gehen eine Spur Aber er zieht voll durch Das ist gut so Ich dachte schon, das ist zu schwer Der andere ist runter Der andere ist runter Der andere ist runter Blöd Wenn man die eisern nicht erkennen kann Doppelt ist, ne? So Keiner nicht Aber schön, dass es so ein bisschen wackelt, ne? Dass es nicht du ist, ne? Ich bin nicht da Lkw rauig Na? Prozente? Null So, Lkw ohne Anhänger Anhänger müssen wir hier rein quitschen Ich muss dazu so einsammeln, ne? Später her Später Spätestens dann Wenn ich Zeit habe Solle Verlierung So Hier so eine großen Karten Brauchst du schnell Lkw's Brauch ich sowieso Mal gucken nachher, wenn Welche Mods die Produktion laden können, ne? Paletten kriegen wir hier alle rauf Aber das ist noch eine Weile hin Erstmal Land kaufen Wunderbar wird leben können, ne? Also leben In dem Sinne Wird es erwirtschaften können, ne? Hier sind auch noch riesige Flächen Wiesen 44 Die Wälder werden auch so ein Ding, ne? Aber wie gesagt, das wird ein bisschen aufwendig Holz zu verkaufen Und ich weiß auch nicht wo So Du holst es auch so langweilig Ich denke mal Da steht noch nur Dinger für Garantiert für Achten zu Das ist aber auch nichts Wo man große Summen verdienen kann So, das sind aber Fähre Wo ist das Führeräusche, ne? Das ist immer das nächste Ding, ne? So, wo ist das Führeräusche, ne? Das ist immer das nächste Ding, ne? Düsenjet brauche ich jetzt hier Ob sie vorricht hier rum Na ja Ja, ist mal richtig Hätte man ja auch einfahren können, ne? Hätte man drüben bloß eine Anlegerstelle machen können? So funktioniert eine Fähre So funktioniert eine Fähre Die Gas Kann man die Schraube noch animieren, ne? Dann können wir uns die Teile verkaufen Dann können wir den Drescher leer machen Und beim nächsten Mal mal Raps abgefahren Dann können wir den Rest gleich mitverkaufen Pferde dass die Uhrzeit ja macht nichts morgen kann ich auch schlafen aber er ist ja eh letzte Folge heute Palettenladen das ist ja ein Jahresprojekt hier eigentlich die Jahres 2 zu dritt oder so aber selber mache ich nur wenn es sich auch Interesse da ist hier hat man auch Probe auf 10 Tage oder so ob es auch funktioniert muss auch die Regel sein dass man anfangs nur am Tage 05 spielen weil Arbeit ist genug da komm hier rein fahren ja und nachts 8 Stunden schlafen würde ich meinen bis 6 oder so im Winter kann es gerne länger sein aber wie gesagt das soll ja irgendwie auch so um einen Zeitraum vorwärts gehen wie das halt das zum Beispiel dass ich nicht plötzlich weiß ich immer nur Sommer habe oder ich höre im Winter auf und komme wieder oh wieder Winter das wäre dann schlecht möchte ja die Abwechslung auch haben also tun so da hätten wir hin da hinten müssen wir hin wenn wir keinen machen aber ich brauche die Kapazität vom Anhänger ich habe kein Lager Lager wird mir etwas kosten dann macht das auch keinen Sinn das zu behalten bei der kleinen Menge ich weiß am besten Preise am meisten im Januar oder Dezember so lange würde ich nicht warten das Projekt wollte ich immer starten wusste aber nie genau welche Karte ich nehme und die ist ganz gut einfach noch abwechslungsreich man muss halt hier doch viele Fahrzeuge haben bei der Ernte brauchst du nicht mit einem Fahrzeug und fangen bei den großen was haben wir hier nur kleine dann mögen wir mal nicht aber ein bisschen mal schon was gibt es einen Bonus da ist man schon ein Minus ne äh hm 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 ja der war leer viel war es nicht 11.000 ich kriegst du heulen man muss immer daran denken das ganze Jahr auch Arbeit drin also von der Ernte ist alleine nicht ausreichend also die Ausfahrt ja dem voller Flügen oder zu haben wollen jetzt bank kredit und gar nicht ausbauen können das ist aber noch nicht ganz so dramatisch bestimmt fangen wir eben mit dem holz an früher war das so dann kann es feindlich rauf aber ein fahrzeug macht sich doch ein dämer hier fahrerei weil genug gefahren bin bestimmt nicht dort reich nicht ausgemacht ein bisschen weiter ran fahren können noch ich glaube ganz schön die kiste mal gucken was wir ein angebot haben gebraucht da muss ich öfter mal reinschauen der canyon crossing farm equipment also händler was wird mit canyon kriegt noch hin aber crossing ist unbekannt aber mal gucken was hier unten wieder reinkommen so hier ich go oh alten schinken noch an lobby rorsch kreis roland roland war strahl oder sowas macht nichts hier hier gibt es keine funktion macht nichts wir kaufen was war ja mal gucken prozente und wer so was hier da hat hier ps der wissen klein der anhänger wird das noch kein mord extra drauf also und daher muss ich hier so zugreifen da geht 75 rein und da geht es 59 kostet auch schon ein bisschen mehr und passt auf die fehlere auf ich krieg es mal sieht man so diesen teil aus hier die halle kein fenster die farbe lassen wir so geht ja nur geteilt rein aber da muss ich kaufen jetzt auch nichts und das können wir uns nicht leisten auf miete aussehen so soll ständig irgendwelche missionen haben das ist ganz praktisch immer schön großen haben wo der klinge auch der passende fehler auch da ist mir egal ganz schön lang geschossen auf längerer sicht nur zwei so eine fahrzeuge haben reicht ja ein lkw aus normalerweise aber in einen hin als die blöde ist das wird trotzdem gehen und fährt halt vorwärts auf beide und da kannst du trotzdem raus runterfahren ohne anhänger und dann wieder mit dem nächsten drauf runterfahren geht ja auch nicht ein problem mal schauen wer aufpasst von der länge her so haben wir viel kopf gemacht und da muss ich schauen durch den wald fahren oder entsprechend da muss ja auch noch nicht gestaltet gehen ich bin schon lange zu eine stunde der wahlheit ah das passt ups wieder auf die bahn gehe Einstein, geht auch nicht. Ah, vorne. Rückwärts fahren. Muss da raus. Mal gucken. Wo so ein Ding ist, ne? Andere Stelle. Haben Sie den Tauben geändert und leiser ist? Das ist schlecht. Keine Rückwärts. Die Fahrzeuge sind unkünstig, ne? So, guck mal rein auf die Karte. Kommen wir rum. Wogegen fahren, dann fallen die Fahrzeuge runter. So. Fangen wir gerade raus. Oh, was ist hier? Mal gucken. Dann brauchen wir nicht mehr zwei Fahrzeuge durch den Wald fahren. Reicht nur ein Drescher für fahren. Junge, speichert nicht so lange. So, wir sind... Da sehe ich nichts. Da ist nichts. Da ist eine Angehestelle und da ist keine. Das ist gemein. Da oben wäre noch eine. Da sicherlich. Und da ist nichts. Wie kommen die denn zur Fähre? Da muss er noch einen Weg gehen, wo ich im Prinzip jetzt nicht gefunden hatte. Warte, sehe. Ja. Na gut. Dann heißt es, wir müssen da ran fahren. Ne, da. Da ist auch so eine Stelle, aber hier nicht. Nix wo. Ja, gut, macht nichts. Geht durch den Busch durch. Ich brauche noch einen Weg, frei holzen. Hau unter euch rein. Du vom Wald. Möchte aber auch einen anderen Zauber nicht umstellen. Das wirkt sich auf die anderen Karten auch aus. Elf Uhr. Ingegen. Wie, jetzt ist der Tag? Da geht es schnell. Aber einen Tag reicht das mal. Da kann man gut verdienen. Rapsernte einfahren. Vielleicht reicht der unsere Fahrzeuge aus. Ich bin ja ganz gut, ne. Von der Gefänglichkeit hier. Und da wird man kein Erfolg haben. Ein normaler Böscher. Runter vielleicht schon, aber rauf garantiert nicht. Runter kommen wir immer. Not im Wasser, ne. Weiß ich, wie tief es geht ist. Keine Ahnung. Ich sehe keinen Grund. Da sind hier Piranhas drin, ne. Gut, da nach oben, du bist auch nicht. Eher Amazonas. Bluten darf es nicht ins Wasser gehen, ne. Das ist so scheiße. Ich habe mir gezeigt, da haben wir es eingeworfen, ob Blut oder so. Da haben wir die förmlich durchgedreht. Also, wenn sie jetzt tageländische Preise nicht gekriegt haben. Ja, in fremden Gebässen, wenn man sich nie auskennt, geht man besser nicht rein. Aber in Urlaub fahren und dann irgendwo im Pool schwimmen, ja, da kann ich auch zu Hause bleiben. Und dann, 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 wenn ich das unbedingt möchte, dann, dann, na gut, hier geht es nicht. Bei mir zu Hause ist die Zeit zu kurz. Das ist ja, wenn du neun Wochen hast oder acht, dann ist dann der ganze Glück als Rentner vielleicht mal sehen. Aber extra so ein Ding bauen. Das muss ja mal abgesichert sein, ne. Das ist immer wieder Fälle von, dass sich da Kinder, weiten von Kleinkinder vor allen Dingen, das ist dann, da hilft doch kein Zaum manchmal, Das ist ja auch immer. Kinder sind unberechenbar. Gerade die Kleinen. Und wenn sie kein Schwimmen lernen in der Schule, ist sogar später gefährlich. Wie sie eigentlich wollte ich wohnen. Weiter raus. Alles knapp, du. Das reicht. Ich kann auch eine Fähre anlegen. So. Ah, Fähre. Beerenanleger Nord-Süd. Muss was geben. Bis da eigentlich was geben. Bitte höher. Auf, Fahne schlägt. Ja, lieb's, aber das soll schon Sport gewesen sein. Oh, jo. Ich sag mal, schönen Dank für das hier reinschauen. Sag mal, tschüss, tschau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.